Katalog Nummer 11, Vargür vom Lindenhof. Dieses Rapphengstfohlen ist am 28. Mai geboren. Seine Mutter ist die Stute Vera Frau Nottegarden, eine Tochter des Ehrenpreisträgers Jartl Frau Mehlkräger und dem Elitehengst Hove Frau Warmerleig. Vargür ist ein gut aufgerichtetes, viergang veranlagtes Fohlen mit viel Rhythmus und Akzent in der Bewegung, aktiver Hinterhand, deutlicher Flugphase im Trab, gut gesprungenem Galopp, deutlichen Töltansätzen und sehr sicherem Takt in den Grundgangarten. Er ist ein sehr rassetypisches Fohlen im mittleren Rahmen, mit hoch angesetztem Hals, sehr gutem Körperschwerpunkt und hervorragender Gangkorrektheit. Im Umgang ist Vargür aufmerksam und kooperativ. Aufmerksamkeit. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.